moin party von herz hier was geht ab wenn es ums thema metalchor geht gibt es eine band die mich schon seit längerem begleitet und zwar ist das die band pucker drive die haben mal einen song ausgehauen mega der ohrbaum song und das erste riff geht ungefähr so bis